Mein Name ist Sascha Rabe und ich habe gerade eine Studie gelesen vom Deutschen Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung. Und aus dieser Studie heraus kommt, dass nur 27,9% der Befragten glauben, dass sie gut für ihren Ruhestand abgesichert sind. Aber 54% sagen, dass sich bei ihnen die Altersvorsorge nicht verändert hat. Also wir haben auf der einen Seite eine große Gruppe von Unzufriedenen, die aber von alleine nichts ändern. Ich glaube, der Markt ist riesig und die Möglichkeiten von der klassischen Alterssicherung über das Thema Versicherung, Rentenversicherung, über das Thema Edelmetalle, über das Thema Wertpapieranlagen, über das Thema Immobilie ist sehr facettenreich. Und wenn du einen professionellen Berater suchst, dann ruf mich an, dann schreib mich an.